Hier ist das Brot. Nehmt das Brot. Das ist mein Kohlai. Trinkt den Wein. Das ist mein Blut. Das hat Jesus vor dem letzten Abendmahl enttäuscht und Jesus hat auch gesagt, diese Nacht wird mich nicht verraten. Aber ich hoffe hier, es gibt keine Verrate. Alle von uns werden die Prüfung sehr gut machen. Also, bevor wir das haben, heute werde ich besser werden. Dann machen wir unsere Augen zu. Gitarrenmusik Gitarrenmusik Eier! Eier, oder? Fast, sehr schnell! Ja, kommen wir mal. Sehr schnell, seit sieh! Ja, genau! Bitte! Ich werde ihn jetzt beten, also packen wir unseren Augen zu und wir beten ihn. Unser Vater im Himmel, geheiligt wird dein Name. Vergib uns unsere Schulden, wie wir unsere Schulden vergeben. Amen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017